Tja, was machst du halt sehr ernstes? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ha? Ach Leute, was soll ich die Leute noch machen? Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche das Abflussverteil zu schließen. Mach das, wir haben zehn Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Die Idee ist schon mal so in Ordnung. Kann man so lassen. Der Arsch läuft gleich hier lang. Und dann packen wir uns ihn. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, komm schon. Du bist brav. Du bist brav. Okay. Und diesen Cyborg hier ausschalten und dann haben wir es da. Geh weg. Das gibt's doch nicht! Mann! Wenn der scheiß Arsch nicht gleich aufhört zu existieren, bring ich ihn um. Mann! Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche das Abflussventil zu schließen. Mach das, wir haben zehn Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Ja. Hoch. Runter. Langlaufen. Stecken. Warten. Ich würde zwar ganz, ganz lange warten. Komm her jetzt, du Spacken, Alter. Mann! Das gibt's doch nicht. Muss da jetzt irgendwie klappen. Weil die Strategie ist schon so richtig geil. Vielleicht sollte ich einfach mal da lang gehen. So, weg damit. Schau mal auf. Dann gehen wir uns jetzt mal hier lang. Ich komm halt her. Was machst du als nächstes? Er sieht mich nicht. Nein, er kann mich gar nicht sehen. Schön sichtbar. So, jetzt aber. Endlich, dank der Hacke. Oh. Die erste Pump ist aus. Charlie, was ist mit dem Ventil? Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Gute Neuigkeiten, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Ja, das ist der Wartungsschacht. Da komm ich nicht rein, du blöde Schnöpfe. Jetzt bin ich dicht hier. Gute Hacke. Wo komm ich denn hier überhaupt runter? Genau, da steht Klettern. Wo komm ich denn hier runter? Oh. Oh. Oh, vielleicht saß. Oh, das ist ja. Oh. Oh, das ist ja. Oh. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Es ist das Schimmun so. Oh, was ist das? Oh, das ist das? So, komm ich runter, okay. Die Reisen sind erledigt. Wenn auch die ganzen anderen Mistviecher. Zierkamen, ja. Ich... Jetzt noch 5, Sam. Bin dran. Bin dran. Ich dachte, der ist okay. Es ist voll ausreichend, wenn der jetzt so überlegt. Wir haben einen Mann verloren. Verteilen, alles durchsuchen. Okay, wir müssen zu sterben. Okay. Da ist der Cyborg auf dieser Seite. Ich werde dich finden. Der Cyborg hier ist weg. Ja. Zweite Pumpe ausgeschaltet. Grim. Das war gute Arbeit, aber zu spät. Scheiße. Was jetzt? Der Erreger hat kritische Werte im Wasser erreicht und der Hauptabschluss ist offen. Vielleicht nicht. Er hat mir das Ventil gesperrt, aber ich habe die Handöffnung freigeschaltet. Lauf dahin und drehe es manuell zu. Bin unterwegs. Was? Den Scheiß habe ich jetzt noch. Someone check the bathroom. Alter. Sam, beeil dich jetzt mal ein bisschen. Wird langsam enger. 3 Minuten, Sam. Ja, was soll ich machen? Alter, was soll ich machen? Hey. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll heute. Wirklich nicht. Was soll da unten hin? Wutsch runter. Alter Schwede. 2 Minuten, bleibt kaum noch Zeit. Anlage gesichert. Wir können Amerikas Konsum wohl offiziell zum Fehlschlag erklären. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du da raus. Briggs? Hubschrauber am Boden. Auf geht's. Z infinior. Zingos Bl55. Hubschrauber. Das ist doch wieder D Lem. Steht so raus. Gas. W был ja Concis. Zingos Bl55. Vermaquung in wurden. Vhule ja? 1 Meter. Das Geld ist angekommen Die Ingenieurs haben eine Lieferung abgefangen Sie war für ein Hochsicherheitsforschungszentrum an der Northwestern gedacht Waffenfähige Pestbazillen Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert Gerade kam das offizielle Okay aus Chicago Gern geschehen Feier dich nicht so ab, Charlie Wir hatten Glück Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen Korrekt Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Zadig von uns Es entspricht seiner Planung Und darum greifen wir jetzt an Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit Wenn wir mit den Ingenieurs weiter fangen spielen Werden wir früher oder später verlieren Wir machen Jagd auf sie Und zwingen sie Fehler zu begehen Alter ber Sch兒 Wir haben immer wieder 好啦, komm komm cargo da solche Station Wir haben einfach nach Befan Wir haben uns jetzt vornehmt auf die Seite zum Einsatz guitar Multi Flight Co Diab Alter Tavern Kinese Oder T S Si Da Untertitelung des ZDF für funk, 2017